Wir sind heute auf dem Feldberg, haben hier einen Parkplatz, so 700 Meter unterhalb des Gipfels angepeilt. Und da oben, da ist der Turm, da wollen wir hin. Jetzt gehen wir hier den Weg hoch zum Feldberg. So sieht das hier aus. Hier sind wir jetzt. Links sehen wir den Weg zum Feldberg, 260 Meter noch. Da sieht man auch, ein paar Meter geht es noch hoch, so schaut es aus. So, jetzt haben wir wieder, jetzt haben wir den Weg wieder frei mit Fußgängern und ihr seht bestimmt, er hat doch mehr Steigen als erwartet. Jetzt zeige ich mir das Gefälle. Da geht es runter. So, eine weitere Etappe da oben bis zu den Wälzern, die man da sieht. Mountainbike, Fahrhaftwurgrad vorbei, da fährt er noch, nicht downhill, sondern uphill. So. So, man kann ihn schon sehen. Hier, Wanderstücke für uns drei, jeder einer. So. So. So, ich guck. So. So, ich guck. So, ich guck. So, ich guck. So, ich guck, ich guck. Ich guck du, du musst Heddy an der Leine jetzt nehmen. Das war's für heute. Ja, da haben wir ein bisschen mehr Weitwinkel, dann sehen wir wenigstens ein bisschen mehr von der ganzen Anlage hier. Ja, da haben wir ein bisschen mehr Weitwinkel. Ja, hier ist der Motorrad, Abstellenbereich. Und es geht noch höher. Aber da oben ist ein Schluss. Hey, wie wär's so schlecht mit Agro? So, jetzt gehen wir wieder von dem Areal runter. Jetzt noch ein bisschen Steigung. Okay. 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 Okay.